Ich möchte dir jetzt zeigen, wie man ein Dokument in OpenOffice als PDF exportieren kann. Man macht hier also das Dokument, geht auf Datei, Exportieren als PDF, kann diese Einstellung an und für sich hier so belassen, klickt auf Exportieren, dann bekommt man ein Verzeichnis eingeblendet und hier kann man dann auf Speichern klicken. Man kann sich das dann gleich anschauen, indem man das entsprechende Verzeichnis dann geht. Ich habe hier das Dokument, mache einen Doppelklick drauf, holen wir dieses Dokument und kann es mir dann anzeigen lassen, habe dasselbe Dokument, als ich vorher im OpenOffice weiter gehabt habe, habe dann als PDF Dokument.